Willkommen zu unserem geizenden Dunkelschamanen der Korkron in der Schlacht um Ogrimma. Bei dem Boss ist ziemlich viel movement gefragt und Koordination. Ihr müsst euch viel absprechen während des Kampfes. Wie ihr den Platz bestmöglich ausnutzt bzw. wie wir es genau gemacht haben, will ich euch gleich mal erklären. Zunächst unser Setup, das besteht aus zwei Tanks, drei Heilern und fünf DDs. Der Boss besteht im Grunde genommen aus zwei Bossen, die zu Beginn des Kampfes auf zwei Wölfen sitzen. Ihr pullt den Boss bzw. die Bosse und totet als erstes die Wölfe. Was ich bei dem Boss, wie der Name schon sagt, um Schamanen handelt, können die natürlich auch Totems aufstellen. Die sind abhängig von der Lebensanzahl, die die Bosse noch haben. Bei 85% Leben fangen sie an, die Giftnebeltotems aufzustellen. Das heißt, Harum bekommt die Fähigkeit toxischer Nebel und Kadis, die Fähigkeit toxischer Sturm. Den müsste auch ausweichen. Das sind diese lilanen Wirbel bzw. großen Stürme, die sich halt dann durch den Raum bewegen. Da kommen wir dann noch später zu. Bei 65% ihrer Lebenskraft bekommen sie das Toten des besudelten Flusses. Das gibt Harum, die Fähigkeit besudelter Fluss und Kadis, die Fähigkeit besudelter Geysir. Wie gesagt, auf die Fertigkeiten im Einzelnen kommen wir dann später noch zu sprechen. Das dritte Totem ist dann das Ascheflammtotem. Das bekommen die Bosse, wenn sie auf 50% ihrer Gesundheit sind. Das Ascheflammtotem bewirkt, dass Harum die Fähigkeit Aschewall und Kadis die Fähigkeit Ascheregen casten kann. Fangen wir dann mit den Bossfertigkeiten an sich an. Ich würde sagen, wir beginnen mit Erdbrecher Harum. Der kann unabhängig welches Totem gerade steht den Froststurmschlag. Dabei fügt er dem aktuellen Tank Schaden zu und hinterlässt einen Debuff, der den erlittenen Schaden von Froststurmschlag um 25% erhöht. Der Debuff fällt 30 Sekunden. Das heißt, ihr lasst den bis so ungefähr 5 Stacks hochstacken und spottet dann ab. Der, der dann Kadis hat, nimmt Harum und umgekehrt. Kommen wir dann zu den Fertigkeiten, die durch die Totems ausgelöst werden. Das wäre zum einen der Talkstation Nebel. Das ist eins dieser lila Voids, die sich durch den Raum bewegen. Die solltet ihr meiden, denn da bekommt ihr halt 30 Sekunden lang alle 3 Sekunden 80.000 Naturschaden. Zudem werden alle Widerstände ignoriert. Zudem erhaltet ihr noch Giftigkeit. Dabei wird dann der erlittene Naturschaden pro Stapel um 10% erhöht. Da solltet ihr also möglichst vermeiden, reinzulaufen. Die Heiler sollten auf den Giftigkeit-Debuff achten, denn der erhöht den erlittenen Naturschaden pro Stack um 10%. Also habt da ein bisschen Auge drauf beim Heilen. Beim besulten Fluss bekommt ein Spieler aus der Gruppe einen Debuff. Der muss dann aus der Gruppe rauslaufen. Dann wird zwischen ihm und dem Boss dieser Fluss gelegt, diese Void, diese grüne. Und ja, wie gesagt, mit dem Debuff aufpassen, schnell rauslaufen. Sonst geht die Void durch die Gruppe, und das ist ähnlich so schön. Beim Asche Wall werden eine Reihe von Elementalen beschworen, die ähnlich wie bei einer Wand aufgereiht sind. Von denen solltet ihr Abstand halten, denn die machen im Umkreis von, ich glaube es sind acht Metern, Schaden auf euch. Das heißt, haltet einfach Abstand. Wellenbinderin Kadis macht unabhängig der Totems den Froststurm Blitz. Dabei fügt sie dem aktuellen Tank für 100.000 Frostschaden zu, ohne Debuff nur der Schaden. Beim toxischen Sturm handelt es sich um diese lilanen Tornados, die man sieht. Die halten eine Minute lang, also befinden sich eine Minute lang auf dem Feld und bewegen sich permanent. Da müsst ihr aufpassen, denn dieser Sturm fügt allen Spielern in einem 9 Meter Radius um sich herum alle zwei Sekunden 200.000 Naturschaden zu. Wenn ihr diesen Tornado berührt, kriegt ihr nochmal 200.000 Naturschaden und werdet in die Luft geschleudert, also da möglichst weit von weg bleiben, wie auch schon bei den anderen lila Voids. Beim besügelten Geysir bekommen alle Spieler im Umkreis von drei Metern acht Sekunden lang alle 0,5 Sekunden 300.000 Naturschaden. Zusätzlich wird dann der Tank, der gerade Kadis tankt, mit diesem besügelten Schleim belegt. Das heißt, ihr müsst möglichst von der Gruppe weglaufen, denn hinter euch, wo ihr langgelaufen seid, landen dann so Ads, so Blubs, grüne Blubs. Und die laufen dann zur Gruppe hin. Das heißt, ihr lauft, wenn ihr Kadis tankt und sie besügelter Geysir wirkt, möglichst weit weg von der Gruppe, dass die Rangers möglichst viel Zeit haben, diese Blubs wegzubommen, bevor sie in die Gruppe laufen. Beim Ascheregen erscheint dieser riesige rote Kreis auf dem Boden, in dem dann ein Feuerregen runtergeht. Wenn ihr euch darin befindet, bekommt ihr Schaden, aber auch 17 Meter um diesen Kreis herum. Das heißt, haltet da genügend Abstand, dass ihr da nicht getroffen werdet. Wichtig zu wissen ist, dass die beiden die Fähigkeiten immer gleichzeitig wirken. Das heißt, wir haben ja drei verschiedene Totems mit diesen Fertigkeiten und wirken die immer gleich. Das heißt, zum Beispiel der Aschewall und der Ascheregen, die werden immer gleichzeitig gewirkt. Genauso wie der besulte Gazir und der besulte Fluss und so weiter und so fort. Da müsst ihr euch halt drauf einstellen, da kommt beides gleichzeitig, dass ihr da vernünftig movt. Genauso wie die Wirbel natürlich, die kommen auch beide gleichzeitig. Je nachdem müsst ihr halt so ein bisschen die Augen offen halten. Im Grunde genommen zieht ihr die Bosse immer im Kreis. Immer wenn sie den toxischen Nebel bzw. Sturm gewirkt haben oder ihr halt langsam zu nah an diese Voids rankommt, dann läuft ein Stückchen weiter mit den Bossen. Ja, die Rangers stellen sich halt in die Mitte, gucken, dass sie nicht von den Voids getroffen werden, machen die Ads zwischendurch und gehen ansonsten halt auf den Boss. Die beiden Bosse teilen sich einen Life Pool und wenn sie unter 25 Prozent ihrer Maximalgesundheit fallen, zünden sie den Kampfrausch. Dabei wird dann einfach der Schaden und das Tempo jeweils um 25 Prozent erhöht. Zündet am besten auch dann Kampfrausch, wenn die Kampfrausch zünden. Also wenn die ungefähr auf 25 Prozent Gesundheit sind, zündet ihr dann auch Kampfrausch. Ja, wie eingangs erwähnt, ein ziemlich move-lastiger Boss. Wichtig ist die Kommunikation, dass die Tanks sagen, wann sie die Bosse wohin ziehen, ist, wenn man jetzt Horde spielt und sich in OG auskennt, nicht so schwierig. Da können sicher die Anhaltspunkte nehmen wie Auktionshaus oder Bank oder so. Wie gesagt, immer schön im Kreis ziehen, von den Voids wegbleiben. Und ja, die Rangers stehen in der Mitte und machen die Ads beziehungsweise die auf den Boss. Moven natürlich auch ein bisschen mit, je nachdem wie gerade die Wirbelstürme da ähm, gerade liegen. Und dann sollte es das eigentlich gewesen sein. Ich bedanke mich mit meiner Gilder Wombit Combat Auswahl. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf Facebook liked. Der Link ist in der Videobeschreibung. Ansonsten, falls euch das gefallen hat, gerne abonnieren. Ihr habt dann nochmal zwei Video-Vorschläge. Wir sehen uns im nächsten Guide wieder, würde ich sagen. Haut doch rein! Schau da raus!